Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wegen ihrer Verspätungen am frühen Morgen möchte ich Ihnen hiermit mitteilen, dass Sie gefeuert sind. Das ist doch nicht ernst! Nein, was habe ich getan? Zum Glück nur ein Traum. Noch fünf Minuten zum Termin? Ich komme zu spät! Herein! Ah, guten Tag! Guten Tag! Sind wir gerade noch mal glücklich, ne? Ja, mein Auto ist nicht angesprungen, aber es hat ja geklappt. Ja, kommen wir gleich zum Thema. Wegen Ihrer vielen Überstunden und Ihrer tollen Arbeit möchte ich Sie hiermit befördern. Was? Das ist nicht Ihr Ernst! Doch! Danke! Vielen Dank! Nein! 婚 Untertitelung des ZDF, 2020